Hallo und herzlich Willkommen zum Wort des Tages. Laut Verhaltensforschern treffen wir im Schnitt ca. 20.000 Entscheidungen pro Tag. Es hängt schon beim Aufwachen an. Stehe ich jetzt auf in 5 Minuten in einer Stunde? Frühstücke ich noch zu Hause, unterwegs oder gar nicht? Was ziehe ich heute an, dieses oder jenes? Wir sind täglich damit beschäftigt, ganz viele Entscheidungen zu treffen. Bei manchen Dingen entscheiden wir aus dem Bauch heraus. Bei wieder anderen brauchen wir eine gründliche Analyse, legen Vor- und Nachteile ab. In letzter Zeit sind uns viele Entscheidungen abgenommen worden, weil vieles nicht mehr möglich war. Wie sahen deine Pläne vor 6 Wochen noch aus für das Osterfest? Welche Dinge hattest du geplant? Welche Menschen wolltest du besuchen? Wie viele Familien haben sich auf den Osterurlaub gefreut? Welche Restaurants, welche Biergärten hättest du in der letzten Woche bei dem schönen Wetter gerne aufgesucht? Welche Konzert-, Theater- oder Fußballtickets liegen nun unnutz auf deinem Schreibtisch herum, nicht mehr brauchbar? Noch schwieriger, wenn der Chef anruft und auf einmal sagt, du wirst gerade nicht mehr gebraucht. Kurzarbeit, was heißt das? Das Altenheim meldet sich. Du bist doch täglich zu einem Verwandten gegangen. Auf unbestimmte Zeit ist das nicht mehr möglich. Ja, viele Entscheidungen sind uns abgenommen worden. Manches hat uns gestresst und uns nochmal neu herausgefordert, neu zu denken. Manches hat unseren Alltag vielleicht aber auch verlangsamt. Heute wird Angela Merkel sich mit den Ministerpräsidenten der Länder zusammensetzen. Sie werden darüber entscheiden, welche Maßnahmen nun dran sind, um diesen Coronavirus einzudämmen. Soll das öffentliche Leben weiterhin so still sein wie jetzt? Kann man Mut und Hoffnung geben? Gibt es überhaupt eine optimale Entscheidung in diesem Fall? Eine Entscheidung für 82 Millionen Menschen? Wie schafft man das? Wie gelingt das? Ostermontag ist der Tauftag unserer drei Jungs. Und einer dieser Taufferse, finde ich, passt so gut für diesen Tag. Es ist ein Tag der Entscheidung. Da heißt es in Joshua 1, Vers 9. Ja, ich sage dir noch einmal. Sei mutig und entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst. Denn ich, der Herr, dein Gott, ich bin bei dir, egal wohin du gehst. Joshua bekommt die Aufgabe von Gott, das Volk Israel zu führen. Moses ist verstorben. Es soll ins gelobte Land gehen. Zig Nöte, zig Probleme werden an Joshua herangetragen. Er soll entscheiden. Von jetzt auf gleich. Und Joshua merkt, da kommt etwas Gewaltiges auf ihn zu. Seine Knie schlottern. Er weiß nicht so richtig weiter. Und Gott sagt, hab keine Angst. Ich bin bei dir. Ich unterstütze dich. Ich lasse dich nicht im Stich. Was für eine Zusage. Damals für Joshua und für uns heute. Hab keine Angst. Ich bin bei dir. Auch nach dieser Entscheidung, die heute gefällt wird. Ich kenne dich. Ich weiß um deine Angst, um deine Not. Ich weiß, wie sehr deine Kraftreserven aufgebraucht sind. Deine Geduld am Ende. Auch wenn es heute Nachmittag, heute Abend nicht die perfekte Entscheidung für dich geben wird. Wenn es weiterhin heißt, du darfst nicht zu Besuch ins Krankenhaus oder Altenheim. Wenn es weiterhin heißt, du darfst beruflich noch nicht durchstarten. Wenn es heißt, deine Kinder werden erst einmal zu Hause bleiben müssen. Vielleicht gibt es diese Entscheidung, die dir überhaupt nicht schmeckt. Die dir Angst macht. Die dich für große Probleme stellt. Es gilt Gottes Zusage. Hab keine Angst. Ich werde da sein. Ich lasse dich nicht im Stich. Ich wünsche mir so sehr, dass du diesen Zuspruch Gottes heute spüren kannst. Dass du wieder Boden unter den Füßen bekommst und eine neue Perspektive. Sei gewiss, Gold hält an dir fest. Ich lasse dich, dass du dich, wenn du bist, denn da bist du ist, dass du dich. Also, wenn du dich das nicht willst. Ich lasse dich, wenn du dich, bist du bist. Du bist das nicht immer so. Du bist das nicht.